herzlich willkommen zum heutigen video heute gibt es die versprochene auflösung des gewinnspiels wir sehen hier das video in dem ich das gewinnspiel angekündigt habe und zwar gab es ja von diesen alben die man hier alle im überblick sehen kann also insgesamt 28 stück gab es konnte man sich fünf auswählen fünf alben eurer wahl gut hier unten haben wir noch mal kurz im überblick die genauen bedingungen zum gewinnspiel also ein abo von meinem kanal dann die drei kommen die drei videos kommentieren und unter diesem video natürlich einen kommentar schreiben mit den fünf alben die du gewinnen möchtest und ja das ganze gilt jetzt eben aufzulösen also zum ersten mal würde ich sagen wir werden jetzt einfach hier mal uns die video url kopieren dann gehen wir hier auf den youtube random comment picker und zwar können wir dann hier die einfügen die url des videos und was ganz wichtig ist wir haben hier die funktion aktiviert filter duplicate users bedeutet auch wenn man mehrere kommentare hinterlässt oder jemand von mir auch zehnmal dasselbe schreibt wird er nur einmal berücksichtigt weil dieser comment picker automatisch erkennt wenn jemand schon mal kommentiert hat oder zum 1 also zum ersten mal ist okay dann starten wir das ganze mal jetzt haben wir hier insgesamt 61 unique commenters wie gesagt wir haben zwar moment 158 kommentare aber diese differenz kommt daher dass eben viele mehrfach kommentiert haben bzw ich auch sehr viele kommentare schon direkt unter dem video geantwortet habe alles klar dann gehen wir jetzt hier auf start dann wird hier ein user ausgeworfen okay aber wenn jetzt hier ausgeworfen das heißt wir werden uns mal kurz hier diesen diesen namen hier kopieren und vom ersten blick scheint man alles da zu sein also es wurden hier wirklich fünf alben genannt sehr gut dann gehen wir wieder in das video suchen uns noch mal ganz kurz den kommentar baba bang da haben wir schon also so sieht das aus dann besuchen wir ganz kurz seine seite beziehungsweise seinen channel kanäle so jetzt sehen wir hier seine abos jawohl also haben wir hier das heißt an box games wurde abonniert bedeutet diese bedingung wurde ebenfalls erfüllt und jetzt haben wir natürlich noch die videos wie zum beispiel hier einmal kronjuwelen da gehen wir jetzt auch wieder mit steuerung f auf die suche okay da wirft jetzt nichts aus eventuell wir schauen jetzt mal so noch mal händisch durch wir vielleicht etwas entdecken können aber doch das ist spannend wenn wir jetzt noch mal okay alles klar das heißt er hatte die suchfunktion zwar aktiv allerdings war dieser kommentar noch nicht geladen deswegen haben wir die nicht ausgeworfen gehabt na gut dass ich da nicht gleich aufgegeben habe sondern runter gescrollt habe also ja mir kommentar einmal dann haben wir hierbei machen wir es hier mohammed ali ebenfalls jetzt wollen wir einfach mal ganz runter jetzt lädt es gerade zeigt uns für die suchfunktion dass wir nichts finden allerdings ist einfach mal ganz kurz neu laden wie hängt sie gerade generell sieht so aus als hätte ich gerade in dem moment wo ich dieses video für euch aufnehmen will probleme schon mal ganz kurz ob das hier baffert ja also auch dieses video hier kommt es gerade seine grenzen und jetzt haben wir hier auch eine fehlermeldung bedeutet es ist jetzt gerade mit dem internet generell etwas nicht in ordnung wird wird natürlich die auflösung etwas verzögern aber damit nicht irgendjemand denkt dass hier irgendwie betrug oder so irgendwas gemacht wird werde ich jetzt an dieser stelle nicht schneiden sondern es sei jetzt hier komplett über die gesamte länge dabei bei meinen aktuellen verbindungsproblemen und es wäre irgendwie unfair wenn ich jetzt jemand neues ziehen würde als ein neues video aufnehmen würde weil nur weil das internet abkackt also dafür kann ja dieser gute mann nichts aber jetzt jetzt schauts gut aus passt also das video wurde wieder geladen jetzt schauen wir auch mal ob die kommentare laden jetzt wollen hier wieder ganz runter da habe ich ihn schon gesehen also auch hier kommentiert und dann haben wir noch die letzte bedingung beziehungsweise das letzte video und schauen wir mal hat ein bild von ak außer kontrolle das ist ja dann doch leichter zu finden jawohl also auch diese kommentiert bedeutet alle bedingungen erfüllt aber bang beziehungsweise wo haben wir es genau hier du bist der glückliche gewinner diese fünf alben hier die du dir gewünscht hast kriegst du von mir zugeschickt dafür würde ich dich bitten schreibt mich irgendwo an sei es jetzt auf instagram facebook wie auch immer falls du weder instagram noch facebook haben solltest dann will ich dich bitten schreibt mir einfach an die kontakt e mail meines youtube kanals schreibt mir deine e mail dass du eben der glückliche gewinner bist und dann brauche ich eben noch deine adresse damit ich das ganze zuschicken kann und am besten melde sich noch heute oder je früher desto besser denn dann kann ich das ganze noch die tage losschicken und wenn es dann hinhaut bekommst du das ganze sogar noch vor silvester als nachträgliches weihnachtsgeschenk ja das war's für heute mit diesem video alle dies nicht geschafft haben oder dies nicht geworden sind die hier nicht ausgelost wurden nicht traurig sein das nächste gewinnspiel werde ich definitiv die nächsten wochen oder monate veranstalten es wird generell im jahr 2019 sehr viel auf diesem kanal passieren deswegen dranbleiben wir sehen uns beim nächsten video passt euch auf ciao